Hier im Ordnungsamt Rostock wartet Renate Holzwart seit 20 Jahren vergeblich auf ihre Pensionierung. Und dann sag ich zu dem Kunden, er ist ein Volltrottel mit Mundgeruch. Und das war überhaupt nicht persönlich gemeint, das war nur eine Feststellung. Und dann blökt er mich an. So, ich warte mal ganz kurz, ich habe einen Anruf. Ordnungsamt, guten Tag. Nein, die Frau Holzwart ist heute nicht da. Nein, keine Ahnung, wann sie wiederkommt. Jo, tschüss. So, da bin ich wieder. Und dann plötzlich, oh warte mal ganz kurz, Elke. Moin, moin, da bin ich wieder. Sagen Sie mal das Zimmer 916, das Sie mir genannt haben, gibt es gar nicht. Echt? Komisch, sagt irgendwie jeder. Dann bleiben Sie halt da, was gibt es? Ja, das hatte ich Ihnen ja gerade eben schon gesagt. Ah, 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 nicht patzig werden, ne? Entschuldigung, ich bin hier wegen des Anwohnerparks. Moment. So, was war das? Anwohnerparkausweis? Ja. Macht 60 Euro plus 39,74 Euro Bearbeitungsgebühr. 99,74 Euro. Warum nehmen Sie das Geld nicht? Kann ich wechseln. Dann ist der Rest eben für Sie. Sicher? Ja. Sicherheitsdienst, wir haben hier einen Bestechungsversuch, ja. So, Elke, da bin ich wieder. Elke, es ist unglaublich, was hier passiert ist. Es ist unfassbar. Tür zu! Mann. Aber sonst alles gut bei dir, ne? Ja. Ja.